Zwergi, wenn du jetzt im Postcard bist und mir als erstes tötet, dann haben wir Sven ein Problem. Was ist? Ich hab mich grad nicht verstanden, weil jemand singt. Okay, bin ich zu blöd? Ich bin neu. Wo ist der Code? Was ist? Was ist? Ähm, wann hast du per Direct Message bekommen? Eine Privatnachricht. Von Nannivigate. Hat dir privat geschrieben? Oh mein Gott. Zwergi, diesmal bitte nicht als erstes töten. Danke. Ähm, mach schauen. Ich bitte auch nicht. Am besten wieder in einem Postcard und Scheiß. Ich mach nur so ne Pazifisten-Run-Runde und mach einfach nur den Task-Simulator, okay? Ja, okay. Wir spielen Item Seek. Hast du jetzt noch verstanden, Lenny? Hast du grad im Stream irgendwie gesagt, dass Felix rankommen soll oder so? Ja, Felix war vorhin von einer Zeit lang im Chat, deswegen dachte ich, er wäre am Start. Ja, nee, er hat sich geklärt. Er kommt gleich. Beim Autofahren Dinge, die er beim Autofahren nicht tun soll. Gut. Dann nächste Rotation ist er damit am Start. Ja, ich, ich immer noch. Ich bin zu dumm. Entweder hab ich nix gekriegt oder ich find's nicht. Der Code-Man und findet der Code-Man nicht, okay. Dabei heißt er auch schon Code-Man. Denn Lenny hat die Person nicht geschrieben. Oh ja stimmt, hier war mein Fehler, war mein Fehler. Ich war lost. Hat er nicht. Ah, okay. Ich kann aber nicht. Nice. America-Server, ne? Ja, hab ich, danke. Da ist er. Der Code-Man. So Freunde, jetzt erst mal Imposter werden mit Skybreaker. Ehre. No. Nichts da. Ich hasse mein Leben. Das ist Wunschdenken, Danny. Ihr habt euch nicht gemutet. Nicht sabotieren. Imposter Runde. Sehr kurzer Kill-Down. Ich mach hier natürlich erst mal. Skybreaker ist hier. Ich bin fertig. Ne. Jetzt töten wir drei Leute zusammen. Das wäre wirklich blöd. Das wäre auch blöd. Kommunications. Skybreaker zieht vorbei. Ich mach mich sass. Oh, ich kann Imposter nicht. Ich bin doch sowas von sass. Hier brauche ich jetzt Ewigkeiten für. Tup. 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 Warte kurz, bis noch jemand kommt. Dann bin ich jetzt hier. Oh. Was ist? Berg, ihr lebt noch? Ich lebe noch. Sussbreaker ist tot. Aber Lenny hat es nicht gemacht. Der ist direkt vor mir gelaufen. Ich habe gesehen, dass er ihn nicht getötet haben kann. Ja. Das ist richtig. Da habe ich jetzt aber doch noch mal ein kleines Fraggelein an den Codeman. Ja, frag mich. Was, ein kleines Fraggelein an den Codeman? Wo kamst du näher vorhin, als du nach Reaktor gelaufen bist? Da unten ist von, äh, am Down Engine. Ich habe dich dort nämlich nicht gesehen und auf einmal kommst du, glaube ich, aus Security raus in Reaktor rein, obwohl ich dich davor noch in Electrical gesehen hatte. Wo warst du in Down Engine? Ich war erst in Lower Engine, dann bin ich in Upper Engine gewesen und dann bin ich den Gang nach unten gelaufen, weil ich gerade eigentlich zu Shields wollte. Wir haben uns in Electrical und wir uns gedreht. Dann habe ich eine Task gemacht. Dann bist du aus Electrical raus und bist dann unten. Genau, Richtung Reaktor. Okay, und da war Skybreaker dann dir im Weg oder hat er sich dann in der Tür eingeklemmt? Liegt der gleich dort. Ja, der liegt nämlich genau auf der Tür quasi. Also, ja, ich will der jetzt ja nicht zu viel reininterpretieren, aber das kam mir halt gar nicht ein bisschen spanisch vor. Ja, das sind gerade ganz anstrengend. Aber wie ich das weg mache, hat er noch einen. Ich verstehe mich nicht anstrengend. Also, dann kann ja Codeman auch noch nicht lange aus Electrical raus sein, ne? Oder? Wie lange bist du da jetzt raus? Na, ich hab, ich hab, glaube ich, drei Punkte Simon Says gemacht und dann aufgehört, damit wir O2 fixen können. Ja, O2, das Ding uns, dass Simon Says das tot hat lange. Äh, Lenny? Ja, ja, eigentlich, aber wie gesagt, ich wollte nochmal wissen, wie lange das dann, wie lange die Zeitabstände sind. Aber okay. Ansonsten noch... Wir haben 2, was ich gerade habe. Äh, Lenny, nur eine Frage. Lenny? Ja. Wo lag nochmal die Leiche in Electrical, hast du gesagt, ne? Electrical, also quasi in der Tür. Oder genau an der Türschwege. Also, ein Ventkill kann es dann demnach wahrscheinlich nicht sein. Untypisch, ne. Also, wenn dann halt als Fluchtmethode, aber nicht als hingehen. Ja, ja, ja. Ne, nur, ich hab Robbear-Frau mal aus Mad Bay rauskommen sehen, deswegen... Na, ich war nie in Mad Bay drinnen, aber so ist es mir irgendwie... Ich bin noch von Storage an Mad Bay vorbei, aber ich bin nicht in Mad Bay drinnen gewesen. Aber ich habe irgendetwegen mir entgegenkommen sehen. So, oder, ich gerade fragen, wer das war. So, okay, komm, da, das soll ich. Ich war nur noch eins, ich hab dann eine Runde gedreht und bin dann in Shields. Wo seid ihr jetzt alle? Und, äh, ich bin bei dir. Ja, ja, Erik. Ich bin mit Drachi noch in Reaktor. Bitte, Leone? Ich bin mit Drachi noch in Reaktor. Drachi? Äh, Reaktor. Slergy? Äh, ähm, Dingens, K2, Dingens, Flug. Cafeterio. Äh, Dingens, äh, K2, äh, Dingens. Okay, er hat mich gesehen. Herzlich willkommen bei der Hotline von Who is the Imposter? Um was zu finden, wer der Imposter ist, bitte voten Sie. Fünf! Drücken Sie bitte die Eins. Sieben. Wow. Vertrag, Vertrag. Hotline. Hotline anrufen. Vertrag. Abgelehnt. Ich laufe hier nur durchs Feld. Nee, das ist jetzt blöd ohne Wind. Wöd. Da kommt es raus. Kann ich eh nicht. Hm, gemeinsam. Gut, das ist jetzt aber auch. Was wäre der? Ich retuschiere. So, hier habe ich mal eine Task. Kabel verbinden. Das dauert ein kleines bisschen. Hallöchen. Die verschone ich mal. Ich gehe mal hier mal nachgucken. Schauen wir mal durch die. Da kommt der Erik. Da kommt der Grüne. Verdammt, ich würde die Tür schließen. Das war wohl nichts. Warum stelle ich mich hier hin? Ist doch sowas von Sass, weil der andere schon gesagt hat, dass er das hat. Und jetzt mache ich hier... Na komm, ein bisschen Ablenkung. Aber zu gut tun. Jetzt mache ich meinen K2 hier nochmal. Top, 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 top. Also ich sollte jetzt bei 9 sein. Jetzt werde ich hier verdächtigt. In dem zweiten Poster war ich hier in der Reihe. Das kann ich nicht sagen. Open Pils. Und Dingens war ich jetzt hier. Communications. Ich gehe mal nach Communications. Ich mache hier Kabel. So, top, 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 top. Oh. 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 Aha. Was zum Wodikende Leiche. So, ich muss erst mal wissen, wo ihr alle gerade gewesen seid. Lenni, du bist in Legical und das mit Luke. Das weiß ich. Genau. Ja. Communications. Pils, du bist kurz mit mir in Legical reingelaufen. Wo bist du dann hingelaufen? Ich bin unten über Coms, also ich habe kurz in Coms reingeguckt. Dann bin ich über Shields unten nach Navigation gelaufen. Dann kam Charlie und jetzt bin ich gerade in Otto. Okay, gut. Lenni, wo bist du hergekommen? Äh, von, 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 von Admin. Da waren dann Drachizwergi und Charlie noch, die hatte ich gesehen. Okay, und Luke, du bist von woher gekommen? Okay, und Luke, du bist von woher gekommen? Ähm, ich war in... Scheiße. Ich glaube, ich war in Admin mit Lenni. Okay. Hab dann den Upload aus Ge... Oder... Ne, aus, äh, Weapons gemacht. Und bin dann in Electrical. Ähm, ist ihr gerade irgendwie im Bereich Upper Engine, ähm, Security oder Reactor? Nö. Also ich bin gerade, ich bin bei unten bei, äh, bei... Ähm, dazu kann ich was sagen. ...Calls-Fight Communications. Okay. Äh, ich habe gerade... Was ist da? Äh, ja? Gegen Ende hin habe ich gerade Codeman noch in Admin, äh, gesehen. Ne, der war bei mir bei Communications, den habe ich dort vorbeilaufen sehen, ne? Der war nicht mit mir bei Communications, aber der ist bei zu, Dingen zu hoch. Das kann jetzt sein, ich hab extra, ich hab extra drauf geschaut. Äh, ich bin aus Admin raus, ich bin aus Admin raus, dann ist mir Codeman, äh, entgegenkommen. Charly, du hast mich, äh, davor ja noch an der Karte gesehen. Ja. Dann bin ich rausgelaufen, dann kam mir Codeman entgegen, ich bin Richtung, äh, Cafeteria über Upper Engine, wollte gerade so Security, ähm, dort ne Task machen, das ist ne, ne letzte linke Task und ja, dann kam der Report. Okay, gut, weil die Leiche liegt in, ähm, Lower Engine, und ich hab, weiß nicht warum, auch wenn jetzt was anderes gesagt haben, im Leichen saß auf, ähm, Piz, aus dem Grund, warum er, ist er von Admin kurzem zu Electrical nur kurz reingelinzt, ohne Task zu machen, und dann wieder in die Gegenrichtung weggelaufen, sprich von dort, wo er gekommen ist. Ja, das mach ich einfach, dass in Electrical extrem oft Leute sterben. Ich hab meine Kabeldingens gemacht bei Codeman, äh, das ist einfach nur der klassische, ich guckte mal, und hast, ich weiß nicht, ob du's gesehen hast, aber ich bin ja dann nach rechts gelaufen, also, ich war in der komplett letzten Runde, also, ich war in einer komplett letzten Runde, nicht in der neue Runde. Ja, das hab ich noch schon gesehen, das war auch nicht nur im Kegel drin, oder? Ja, aber Lenny hat mich da gesehen, und Luke auch. Also, wir müssen warten. Wir müssen warten. Er hat von Electrical an dir vorbeigelaufen, also, unten am, äh, Müllstand in Storage, bin ich von Electrical gekommen, und dann Richtung... Zeit ist vorbei, ja. Ja. Okay, gut, dann... Luke hat dich bei, bei... ...Gesehen, als ich am Müll war. Ja, und genau, da bin ich auch lang gelaufen. Ja, kann sein, weiß ich nicht mehr genau. Was ist los mit mir? Heut wenig geredet. Ungeübte Stimme. Da ist jemand nicht gemutet. Ich bin gemutet. So, läuft gleich ab hier. 2, 2, 3, 3... Ja, das wäre jetzt blöd gewesen, da den zu töten. Ich hab jetzt hier noch eine Task. Dup, 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 dup. Reaktor. Auf geht's. Nach zwei Reaktoren. Komm mal. Komm mal. Bei dem Poste jetzt hier... ...drin stehen. Oh, den Weißen hätte ich töten können. Ich geh zu einer Tücke, da war ich noch gar nicht drin. Ach, Kacke. Ja, äh, Zwerge, das ist jetzt scheiße gelaufen. Wie, was? Ah, Mann, Zwerge, ich hab gewusst, dass komisch ist das noch leben. Ja, klar. Ich hab dich doch gesehen. Jetzt mich beschuldigen, jetzt ist das natürlich wieder... Und übrigens, äh... Ne, der ist so scheiße. Was willst du jetzt noch sagen? Was willst du deiner Verteidigung sagen? Ich wollte nur gerade Robert sagen... Ey, cool, Selfreport, klassischer Selfreport und jetzt auf mich schieben. Hier. Ja. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Ich war ein Elektrikör und hast ihn vorher meine Schnauze hier umgebracht und jetzt auf mich schieben. Dass ich mich nicht als erstes melde, ist klar. Das ist jetzt hier nicht. Ich bin... Ich hab's... Ich hab's vorhin zu Robert schon gesagt. Ich lauf oft in Elektrikör rein, einfach nur um zu gucken, ob da eine Leiche drin ist. Klar. Um ihn umzubringen. Und gerade eben hat es dann bestätigt, denn ich laufe rein und sehe, wie er direkt vor dir umfällt. Und siehst du... Ja, klar. Hast schon wieder umgebracht. Der selbe Move, der letzte war Zwergi. Ja, wie soll ich den selben Move nochmal machen? Jetzt... Ich glaub's irgendwie auch, weil... Keine Ahnung. Selfreport. Ich mein, glaub dem nicht. Ich hab's natürlich... Sie haben natürlich nicht reportet, die Leiche, die er da umgebracht hat. Ich bin auch so blöd und dann... Ich würd's mir Zwergi glauben. Na komm. Warum? Warum sollte ich den selben Move nochmal machen? Ich bin noch nicht so... Es ist doch... War mich Pizzer Leone gerade eben auch schon sass? Nein, der Einzige, der mich gesasst hat, war Rob, der allein aus... Da hatte er recht. Ich hab ganz kurz in Electrical reingeguckt, um zu gucken, ob da jemand tot war. Da wusste er wohl schon was. Das war ein Low Engine und ich bin nach rechts gelaufen. Rob hab ich auch vorhin schon gesehen. Da bin ich bei Low Engine lang dran vorbeigelaufen. Der wusste Bescheid. Der wusste schon, dass der... Also der hat dich schon richtig gesasst hier. Das ist... Und jetzt vor meine Schnauze umbringen und dann mich entschuldigen. Mich beschuldigen. Das ist natürlich... Er hat eine Aussage getätigt, einfach nur aufgrund der Tatsache. Dann hatte ich dich kurz in Electrical reingeguckt. Ja, weil ich so blöd bin und die Leichen nicht reporte. Das ist doch... Jetzt hast du natürlich die Ausrede, du läufst da mal rein. Und dann gar nicht, ist klar. Ja, Freunde, Freunde. Das Ding ist, wir sind sieben Leute. Ich mein, klar, Aussage gegen Aussage. Auch wenn ich ein bisschen mehr auf der Seite von Pizzer Leone bin. Das stimmt schon, aber... Natürlich nicht. Trotzdem muss man halt sagen, wir sind sieben Leute. Wenn wir jetzt falsch roten, haben wir halt ein Problem. So, deswegen würde ich sagen, wir skippten das jetzt nochmal. Und voten dann halt nächste Runde. Und wenn einer von den beiden dann tot ist, dann wissen wir, dass es halt der jeweils andere gewesen ist. Äh... Codeman... Hatten wir irgendwie jetzt äh... Letzte Runde irgendwie ein bisschen aus den Augen verloren. Aber denk dran, dass ich ihn halt erste Runde geschlossen habe. Ich hab's hauptsächlich gesehen. Äh... Codeman hab ich auch nicht gesehen. Der war real. Da wird ja mal angekommen. Das... Nicht, dass er sich in die Wände... Äh... In die Wands kodiert. Hm. Deswegen. Aber gut. Der Matrix. Never vote on Seven. Los. Ich komm da nicht mehr raus. Ab der nächsten Runde bin ich sowas von völlig... Das war wieder mal blöd. Hab ich mir wieder den Sevenfehler geleistet. Der ist reingeguckt. Der kommt der... Der kommt der dreist einfach rein. Ich darf jetzt keinen töten. Das war äußerst blöd. Ich hab es doch gesagt. Ich hab es doch gesagt. Ja, GG. Ja, was ist denn? Ich hab's doch. Ja, was ist denn? Was ist denn? Ja, was ist denn? Ich, ich, Codeman. Ich war's natürlich. Das ist Endglückloch. Ja, aber eigentlich war man doch eigentlich auf dem richtigen Dampfer eigentlich. Ja, das kommt der Kred. Als ob er da noch reingekrochen kommt. Als ob, als ob der einfach mal rein spaziert. Das ist wie er denn aus dem Grund. Da spazierst du auch einfach so in Elektrikkel rein. Was spaziert man einfach so? Das mach ich immer. Das mach ich immer. Das mach ich immer. Das ist aber, wenn du da rein spazierst ... Es ist absolut nicht so. Da steht jetzt držrängend. Und das sind nicht nur meine Haare. Das geht nicht. Und wenn du deine Haare sozusagen umsetzen oder willst du szettel bleiben. Ja, ich hab den Sasszettel vom Gesicht. Das ist ganz gut. Du. Die mir ist Sassz ist wesentliches. Weil die gängige Haare aber auch nein. Luke hat geschrieben, ich hab die C-Bard Bill über den Handy. Und kann ich reconnecten. Wer kann ich reconnecten? Luke hat was nicht in den nächsten, am Tag aus Chatt geschrieben. ich bin dein vater aber er ist doch in der runde drin ja er ist doch jetzt ist doch was ja so ja wo ist das problem der andere luk ich dachte so hätte ich auch weil wir haben was über die dienst geredet haben wir haben hier viel luke dazu her luke ich wieder gar nicht mit aber der andere luk der schattel er oder sie